Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Serratus 1. Heute zeige ich euch das neue Feuerwehreinsatzfahrzeug von Playmobil. Die unverbindliche Preisempfehlung ist bei 15,99 Euro, aber schaut mal bei Müller vorbei, da gibt es das Fahrzeug gerade für 9,99 Euro. Und das Fahrzeug ist limitiert, gibt es auch nur kurze Zeit. Hier die Rückseite mit dem Einsatzfahrzeug, natürlich mit einem Feuerwehrmann. Ein Megafon-Funkgerät, einem Beil und einem Feuerlöscher und einer großen Mülltonne und ein paar Flammen und einem Saugnapf. Dann könnt ihr die Flammen an der Mülltonne befestigen oder auch an Gebäuden oder Fahrzeugen. Und hier seht ihr das mega coole Einsatzfahrzeug. Hier die Front mit den Scheinwerfern, ganz modern. Hier von der Seite mit so einem gelben, hochgezogenen Streifen. Die Rückseite ebenfalls mit so modernen Rückleuchten, mit einer Anhängerkupplung. Die Heckklappe lässt sich öffnen. Und im Kofferraum befindet sich noch ein Feuerlöscher. Auf dem Dach ist das Blaulicht, aber leider ohne Funktion. So, und die Scheibe lässt sich hier abnehmen. Und hier vorne befinden sich zwei Sitze. Einmal der Fahrer- und der Beifahrersitz. Hier das Lenkrad. Und an Zubehör gibt es noch diese Mülltonne mit Rädern. Und diese Flammen mit dem Saugnapf. Könnt ihr dann hier an der Seite befestigen. Und dann habt ihr schon den ersten Einsatz, den ersten Brand. Und dann gibt es noch den Feuerwehrmann. Der hat ein Megafon, eine Taschenlampe, ein Funkgerät, Handschuhe. Und natürlich einen Helm. Und dann gibt es noch eine Axt und so einen kleinen Behälter, um die Kleinteile zu verstauen. Und jetzt begibt sich der Feuerwehrmann gleich zu seinem ersten Einsatz, dem Mülltonnenbrand. Ich hoffe, das Auspackvideo hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, empfiehlt mich weiter, teilt das Video und hinterlasst ganz viele Kommentare. Und bis bald. Bis zum nächsten Video. Euer Serratus1